SR1. Der beste Mix. News und Hits. Der beste Mix. News und Hits. SR1. SR1 News. Im Studios Hajo Müller. Karlsruhe-Ortal stößt auf Zustimmung. Union und FDP weiter in Führung. Attraktive Champions League Gegner für deutsche Klubs. Das Wetter, ordentlich Regen. Ab morgen wieder freundlicher. SR1. Das Saarlandwetter. Jetzt ist es wechselnd bewölkt. Es gibt ein bisschen Sonne. Es gibt ein paar Wolken. Vereinzelte Schauer könnten auch runterkommen. 18 bis 22 Grad. Die Nacht wird trocken. 8 Grad. Morgen erst aufgelöckert, bewölkt. Dann werden die Wolken allerdings dichter. Nachmittags und abends gibt es dann Regen. 18 Grad die Temperaturen. Den Mittwoch können wir gedroht vergessen. Da gibt es nur Regen. 15 Grad. Aber Donnerstag und Freitag wird es dann schon wieder ein bisschen besser. Die Schauer lassen nach. Und es gibt ab und zu Sonne. Die Temperaturen 16 bis 21 Grad. SR1. Der beste Verkehrsservice für das Saarland und die Region. Und wir haben die A8 Luxemburg Richtung Zweibrücken. Zwischen Heusweiler und dem Kreuzerbrücken gibt es Behinderungen. Eine Spur ist gesperrt. Dort gab es einen Unfall. Die SR1-Hörer melden uns zwei Blitzer. Auf der A1 Trier Richtung Saarbrücken in Höhe Eppelborn und in Lebach in der Heeresstraße. SR1. Der beste Mix. News und Hits. SR1. SR1. Der beste Mix. News und Hits. Auch morgen wieder zum Fünfstück. SR1. Der neue Morgen im Saarland. Der neue Morgen im Saarland. Mit Colette Rüa und Thomas Rosch. Montags bis Freitags von 5 bis 10. SR1. Der beste Mix. Der beste Mix. News und Hits. Und Hits. SR1. SR1. S-R-I-N-S Everybody dance! S-R-I-N-S S-R-I-N-S Der beste Mix. Jungs und Hits. S-R-I-N-S Das Kachelmannwetter für Saarland. Heute Nacht bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen 1 bis 6 Grad. Morgen wird es stürmisch und nass. Am Abend und in der Nacht geht der Regen dann in Schnee über. Die Tagestemperaturen morgen 3 bis 7 Grad. Am Samstag winterlich mit Schnee bis runter ins Flachland. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad. Achtung, es wird glatt. Und am Sonntag wird es schon wieder ein bisschen besser. Da kommt auch mal die Sonne raus. Temperaturen bei 0 Grad. S-R-I-N-S 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 S-R-I-N-S